Nur noch 10 hoch 29 Nanosekunden, bis die Sonne kollabiert. Wie können wir es nur schaffen, in dieser kurzen, verbleibenden Zeit der Menschheit noch ein Sudoku zu lösen? Das ist eine wichtige, offene Frage aus dem letzten Video und ich möchte die heute weiter vertiefen, indem ich Ihnen noch ein paar mehr Ideen zum Thema logisches Schließen präsentiere und konkret Ihnen etwas sage über das logische Schließen mit Resolution. Die Resolution ist eines der bekanntesten Verfahren, klassischen Methoden, wie man logische Schlussfolgerungen berechnen kann. Sie hat einige praktische Bedeutungen, aber sie ist auch eine interessante Herangehensweise, aus der man ein bisschen was darüber lernen kann, wie man mit Logik rechnen kann im Allgemeinen. Und insofern denke ich, ein guter Start, auch wenn sie nicht das erste Verfahren ist, was Sie vielleicht implementieren würden, wenn Sie jetzt einen besonders schnellen Algorithmus für das aussagenlogische Schließen konkret entwickeln wollten. Aber dazu sage ich noch später mehr. Gut, also herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krutsch. Sie sind bei der Videoreihe zum Thema Propositionale Logik, formale Sprachen, Automaten. Das kommt auch in Kürze nochmal, aber zurzeit eher Aussagenlogik. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass logisches Schließen möglich, aber teuer ist in der Aussagenlogik. Mit Wahrheitswertetabellen ist es gänzlich hoffnungslos, denn die sind riesig und zwar immer abhängig nur von der Anzahl der Variablen in meiner Formel oder der Anzahl der Atome, sollte ich vielleicht lieber sagen. Und insofern ist das Every Case Exponential, ja, nicht nur Worst Case Exponential. Und das ist natürlich kein Algorithmus, den irgendjemand implementieren möchte. Was könnte man noch machen? Ich hatte gesagt, disjunktive und konjunktive Normalform eignen sich, um manche Dinge direkt abzulesen. Aber Problem ist, diese Normalformen können groß werden, außer wenn man strukturelle Transformationen als Trick anwendet. Aber dann hat man eine konjunktive Normalform, deren Erfüllbarkeit erhalten wird, aber nicht deren Allgemeingültigkeit erhalten wird. Das heißt, das, was man leicht ablesen kann, ist dann nicht mehr erhalten. Trotzdem ist das vielleicht schon ein ganz interessanter Ansatz. Wir könnten also eine nicht allzu große konjunktive Normalform bilden für unser Problem und versuchen dann herauszufinden, ob diese konjunktive Normalform unerfüllbar ist oder erfüllbar. Aber dazu brauchen wir noch andere Verfahren. Bisher wissen wir darüber noch nichts. Also Ziel, ein Verfahren, um Unerfüllbarkeit einer konjunktiven Normalform zu bestimmen. Dieses Verfahren wird Resolution heißen. Leider ist das hier nicht so einfach zu erreichen, wie es bei dem Fall der Allgemeingültigkeit für konjunktive Normalform war, wo wir es letztlich nur ablesen mussten, indem wir einzelne Klauseln uns angeschaut haben. Hier ist das schwieriger. Man kann die Unerfüllbarkeit oder Erfüllbarkeit nicht an einzelnen Klauseln erkennen. Man muss die Gesamtheit sehen. Kann man das mal am Beispiel illustrieren? Ja, die Logelei, die wir hatten, ja, Sie erinnern sich, wer lügt, haben wir mit einigen Formeln dargestellt. Also, wenn Alice lügt, dann genau, Alice lügt genau dann, wenn Barbara nicht lügt und so weiter. Und die könnte man jetzt umwandeln und versuchen zu beweisen, dass hier Barbara die Wahrheit sagt, wie wir letztlich ja durch scharfes Nachdenken und letztlich auch durch die Wahrheitswertetabelle ermitteln konnten. Das heißt, wir wollen zeigen, dass aus dieser Formelmenge b folgt. Sie erinnern sich, beim letzten Mal habe ich erklärt, dass man so eine Frage, eine Frage nach einer logischen Konsequenz, auch mithilfe eines Tests auf Unauffüllbarkeit beantworten kann, nämlich indem man einfach das, was dort als logische Konsequenz angestehen wird, negiert und zur Formelmenge hinzufügt. Das heißt also, man fragt, ist es möglich, dass all diese Formeln gelten und die Konsequenz nicht wahr ist. Wenn das möglich sein sollte, dann ist es nicht der Fall, dass diese Konsequenz immer folgt. Falls das Unauffüllbar ist, dann ist die Konsequenz eine logische Konsequenz. Das heißt, wir müssen jetzt mit diesen Formeln arbeiten. Man kann aus diesen Formeln nach Ersetzen der entsprechenden Doppelpfeile hier, der Äquivalenzoperatoren, und nach Umformung in Klauselform, in konjunktive Normalform, pardon, diese Form hier erhalten. Wir sehen sieben Klauseln, ja, nicht A oder nicht B ist eine, A oder B ist eine und so weiter und so fort. Und wenn Sie diese Klauseln jetzt anschauen, sehen Sie, dass für sich genommen jede dieser Klauseln erfüllbar ist. Es gibt keine lokalen Probleme. Also man kann keiner Klausel hier ansehen, dass an sich etwas nicht funktionieren kann. Aber im Ganzen sind diese Klauseln so gemeinsam trotzdem unerfüllbar. Okay, und jetzt ist die Frage, wie kann man das herausfinden? Zunächst einmal möchte ich etwas einführen, was ich gerade schon bei meinem kleinen Versprecher genannt habe, nämlich die Klauselform, eine noch etwas vereinfachte Schreibweise für konjunktive Normalformen. Wenn man nämlich immer mit konjunktiven Normalformen arbeitet und also immer Konjunktionen von Disjunktionen von Literalen betrachtet, dann kann man noch etwas fauler sein und sich die logischen Zeichen, also in dem Fall die Disjunktion und die Konjunktion sparen und das Ganze nur als Mengen darstellen. Man hat also jede Klausel, das heißt jede Disjunktion, wird einfach als Menge von Literalen dargestellt. Wir wissen ja, dass die Disjunktiv verknüpft sein müssen, diese Literale. Und die Konjunktion der Klauseln selbst wird einfach als Menge von solchen Klauseln dargestellt. Also das heißt als Menge von Mengen von Literalen. Das ist im Prinzip also die genau gleiche Form wie vorher, wie konjunktive Normalformen, nur in einer anderen Schreibweise. Das nennt man Klauselform. Aber da man viele Klauseln schreibt, wenn man Resolution betreibt, ist diese Ersparnis schon gar nicht so schlecht. Außerdem kann man es besser tippen am Computer als diese Zeichen. Okay, also Klauselform. Beispiel, das, was ich gerade gezeigt hatte in konjunktiver Normalform, kann in Klauselform so dargestellt werden, wie hier gezeigt. Also ich habe einfach jede Klausel jetzt in eine Menge umgeschrieben und außen herum noch einmal Mengenklammern für das Gesamte gesetzt. Okay, gut. Ganz einfach. So, und jetzt kommt das Resolutionsverfahren. Wir wollen also herausfinden, ob so eine Klauselform erfüllbar ist oder unerfüllbar. Und dafür werden wir Ableitungen bilden aus den Klauseln, die diese Klauselform enthält. Die Ableitungen bildet man in Schritten. Jeder Schritt ist eigentlich sehr einfach, aber man braucht eventuell mehr als einen, um das Problem letztlich zu lösen. Wie funktioniert ein Schritt? Ein Resolutionsschritt ist das, was hier im Kasten dargestellt wird. Gegeben seien zwei Klauseln, nenne ich K1 und K2, mit der besonderen Eigenschaft, dass es ein Atom P aus der Menge aller Proposition P gibt, sodass P in K1 vorkommt und nicht P in K2. Sie sehen noch einen Vorteil, wenn man mit den Mengen arbeitet. Man kann das Enthalten in Symbol verwenden, was wir aus der Mengenlehre kennen. Wenn man davon ausgehen würde, dass K1 so eine syntaktische Formel ist mit Konjunktion darin, dann wäre das Mengenzeichen nicht das Passende und man müsste es irgendwie umschreiben. Also auch da eine Ersparnis und auch eine klarere Darstellung. Und Sie wissen ja, die Reihenfolge spielt ohnehin keine Rolle. Insofern ist eine Menge hier adäquat. Okay, also wir suchen ein Paar von Klauseln, sodass die eine Klausel das Atom enthält und die andere die Negation des Atoms enthält. Wenn wir so ein Paar haben, dann bilden wir die Resolvente, wie man das nennt, von K1 und K2 bezüglich P als das, was hier in blau dargestellt ist. Das ist eine neue Klausel, die besteht aus allen Dingen, die in K1 vorkommen, abzüglich P und allen Dingen, die in K2 vorkommen, abzüglich Nicht-P. Also man nimmt die zusammenpassenden Literale heraus und vereinigt aber den Rest. Eine Klausel R ist eine Resolvente einer Klauselmenge K, wenn R Resolvente zweier Klauseln in K ist. Das heißt, wenn wir mit einer Klauselform arbeiten, haben wir immer eine ganze Menge von Klauseln und aus der können wir unter Umständen eine ganze Menge von Resolventen bilden, nämlich indem wir uns einfach zwei passende Klauseln aus der Menge heraussuchen und dann diese neue Klausel hinzuschreiben. Das ist Resolution. Wie gesagt, relativ einfach, noch einfacher, wenn man ein Beispiel sieht. Hier haben wir die Menge von gerade eben. Nicht A, nicht B, A, B und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Klauseln, die ich Ihnen gezeigt hatte. Und jetzt können wir hier Resolventen bilden. Zum Beispiel aus BC, das kommt hier vor, und Nicht-C, Nicht-A, das ist gleich dahinter, kann man per Resolution die neue Klausel B und Nicht-A bilden. Oder ich sollte sagen B oder Nicht-A, wenn ich es als logische Formel auffasse. Weil das C und das Nicht-C zusammenpassen und dann darf ich die beiden streichen und den Rest zusammenwerfen. Aus Klauseln A, B und Nicht-B kann man die Klausel A bilden. Das kann auch passieren, dass eine Klausel überhaupt nur das eine negierte Literal enthält, das wir brauchen, um die Resolution anwenden zu können, und der Rest ist die leere Menge. Dann kommt eben aus dieser Seite nichts Zusätzliches mehr hinzu. Wir haben dann nur noch das A übrig und bilden eine solche Einheitsklausel, also eine einelementige Klausel. Hier noch ein anderer Fall, der auch auftreten kann und der uns nicht verwirren sollte, wenn er uns mal begegnet in einer Übung oder einer Klausur. B oder C und Nicht-B oder Nicht-C kann man auch resolvieren, sogar auf zwei verschiedene Arten. Wenn wir es über C resolvieren, also das heißt bezüglich C, wie ich hier oben genannt habe, dann würde übrig bleiben B oder Nicht-B. Damit können wir jetzt aber erstmal nichts anfangen. Im Gegenteil, das ist eine sehr unnütze Klausel, denn wenn Sie sich mal überlegen, was das ausdrückt, das ist ja eine Disjunktion. Da steht also B oder Nicht-B. Das ist eine Tautologie, das gilt immer. Und in einer Klauselform, die also eine Konjunktion ist, wenn Sie da eine Tautologie hinzunehmen, ändert das überhaupt nichts, gibt Ihnen auch keine neue Information. Also wenn man eine große Konjunktion hat und am Ende noch anhängt und B oder Nicht-B, dann ist man genauso klug wie zuvor. Also das heißt, diese Ableitung zu bilden, wird uns wahrscheinlich nicht zum Ziel führen. Trotzdem muss es uns nicht schrecken, wenn so etwas herauskommt. Das kann schon passieren. Falsch wäre es hier, wenn man B und C gleichzeitig irgendwie resolviert und dann gar nichts mehr übrig hält. Also das geht nicht. Man kann immer nur bezüglich eines einzigen propositionalen Symbols hier resolvieren und der Rest muss dann eben übrig bleiben. Und Sie sehen, damit können Sie jetzt nichts mehr anfangen, was irgendwie B und Nicht-B eliminieren würde. Okay. Gut. Das also ist Resolution. Ein ganz einfaches Spiel, bei dem Sie passende Klauseln suchen und dann zwei Klauseln vereinigen und die passenden Klauseln löschen. Okay. Warum macht man das? Und auch das lässt sich überraschenderweise vielleicht ganz einfach erklären. Die Bedeutung eines solchen Schrittes kann man sich nämlich überlegen, wenn man einfach wieder ein paar Schritte weggeht von dieser vereinfachten Form. Das sieht man bei den Mengen nicht ganz so schön, wie man es in logischen Formeln sehen könnte. Also betrachten Sie mal die beiden Klauseln hier. L1 bis Ln und P und Nicht-P und M1 bis ML. Die Reihenfolge ist natürlich egal, aber ich schreibe das schon mal so, dass es nah aneinander ist. Das ist also das, worüber wir resolvieren wollen. Jetzt können Sie sich überlegen, wofür diese Formeln eigentlich stehen. Das sind ja Disjunktionen. Das erste, eine Disjunktion von Literalen L1 bis Ln oder P. Kann ich so aufschreiben? Ich kann es aber auch anders aufschreiben, ein bisschen komplizierter, wenn Sie so wollen. Ich kann es auch aufschreiben als Nicht-L1 und Punkt, Punkt, Punkt und Nicht-Ln impliziert P. Also wenn all diese anderen Literale falsch sein sollten, dann muss P gelten. Denn eins von denen muss gelten. Dafür ist es ja die Disjunktion. Das heißt ja L1 oder L2 oder Punkt, Punkt, Punkt oder P. Also wenn all die nicht gelten, muss P wahr sein. Okay? So etwas Ähnliches machen wir jetzt mit der anderen Klausel, die so aussieht. Auch die ist natürlich eine Disjunktion all ihrer Literale. Und jetzt schreibe ich aber das etwas leichter sogar in dem Fall um, in dem ich also aus dem Nicht-Oder wieder die Implikation mache, wie wir das so oft gesehen haben. Das heißt, das hier kann man auch schreiben als P impliziert M1 oder Punkt, Punkt, Punkt oder ML. Also mit anderen Worten, falls P wahr sein sollte, also nicht P nicht wahr ist, dann muss eine der anderen Teile der Klausel wahr sein, damit die Gesamtklausel wahr sein kann. Das steht hier. P impliziert das. Okay, und jetzt sehen Sie schon sehr schön, diese zwei Implikationen passen ja wunderbar zusammen. Hier haben wir irgendetwas und daraus folgt P. Und hier haben wir P und daraus folgt irgendetwas. Zwei Folgerungen dieser Art können wir natürlich verketten und können erkennen, ja, dann folgt doch aus Nicht-L1 und Nicht-Ln auch M1 oder ML, dieses Gebilde. Und wenn Sie das jetzt wieder als Disjunktion umschreiben, das heißt, das Nicht-Oder hier aus der Implikation machen und dann ein bisschen Demorgan anwenden, dann haben Sie das, was wir auch mit dem Resolutionsschritt sofort erhalten hätten, nämlich diese neue Resolvente, diese Klausel. Okay. Sie sehen also, dass die Resolvente nichts weiter ist als das, was man erhält, wenn man zwei Klauseln als Implikationen liest und sie dann hintereinander hängt. Okay. Was Sie auch sehen ist, dass die Resolvente logisch folgt aus den anderen beiden. Und das steht hier nochmal im Satz. Satz, wenn R Resolvente der Klauseln K1 und K2 ist, dann gilt, K1 und K2 zusammen haben R als logische Konsequenz. Ja, wie hier. Wenn die beiden Implikationen gelten, dann auch die, denn Implikation ist transitiv, sozusagen. Okay. Resolutionsschritte produzieren also logische Schlüsse. Und das ist schon mal eine gute Sache. Das nennt man auch Korrektheit. Ja, also wenn Sie ein Ableitungsverfahren in der Logik haben und dieses Ableitungsverfahren produziert stets Dinge, die logisch folgen, folgen, dann sagt man, die Ableitung ist korrekt. Das heißt nicht, dass Sie alles, was interessant ist, auf diese Art ableiten können, aber es heißt, dass zumindest nichts Falsches abgeleitet wird, was ja auch schon mal ein guter Anfang ist, ja. Okay. Also Resolutionsschritte sind korrekte Ableitungen. Die leere Klausel. Die Resolvente kann leer sein. Wie kann das passieren? Ja, wenn Sie zum Beispiel zwei Einheitsklauseln, zwei einelementige Klauseln haben, P und nicht P, und Sie resolvieren die über P, dann haben Sie nach der Regel, die ich Ihnen gerade erklärt habe, eine leere Menge als Ergebnis, also eine leere Klausel. Das kann also passieren, wenn Sie das Verfahren einfach anwenden, wie ich es gerade erklärt habe. Wir sollten uns aber fragen, was bedeutet das, wenn das passiert? Was bedeutet so eine leere Klausel? Und das ist jetzt etwas vielleicht verwirrend, nachdem ich Ihnen gerade erzählt habe, die Klauseln kann man als Implikationen lesen und der Resolutionsschritt, der verknüpft diese Implikationen. Aber wie passt das hier zusammen? Was ist eine leere Menge, eine leere Distjunktion, in der nichts verodert wird, eigentlich für eine Formel? Wie kann man das als Implikation auffassen und was soll die darstellen? Okay, können Sie kurz drüber nachdenken, wenn Sie mögen. Halten Sie ruhig an, wenn Sie noch mehr Zeit brauchen. Und ich verrate es mal. Klauseln, wissen wir, sind Disjunktionen. Die leere Klausel entspricht einer Disjunktion von Null Literal. Offensichtlich sind da keine drin. Denn dieser Ausdruck sollte, einfach für die mathematische Ästhetik zumindest, das neutrale Element der Disjunktion sein. Also das heißt, wenn ich Null Dinge disjunktiv mit einer Disjunktion aus anderen Dingen verknüpfe, dann sollte das immer noch das Gleiche sein wie vorher. Das heißt, das sollte so sein, als habe ich etwas Neutrales an die Disjunktion angehängt. Und das heißt, dazu muss die leere Klausel den Wert falsch haben. Denn irgendetwas oder falsch ist immer noch das Gleiche wie zuvor. Wenn Sie den Wert wahr hätte, würde das nicht gelten. Irgendetwas oder wahr ist immer wahr, egal was das andere vorher war. Okay, also die leere Klausel muss aus mathematischen Gründen zumindest, wenn man sie als leere Disjunktion versteht, falsch darstellen. Und deshalb schreiben wir sie mit diesem Bottom-Symbol, was ich schon an verschiedenen Stellen verwendet habe. Ich hatte Ihnen auch mal erklärt, dass man das auch als Abkürzung verstehen kann. Man nimmt sich irgendeine Proposition und definiert P und nicht P. Das wäre zum Beispiel so eine unerfüllbare Formel, die immer falsch ist. Hier wollen wir das eigentlich nicht tun. Und wir sehen das jetzt wirklich als ein Symbol, was ich direkt so verwende, nicht als Abkürzung. Wenn ich jetzt P und nicht P schreiben würde, wäre das auch keine Klauselform mehr. Ja, ein bisschen seltsam. Also das ist jetzt ein Symbol. Damit werden wir häufiger in Kontakt kommen. Es lohnt sich also, das als ein neues Symbol einfach so zu benutzen. Okay, das ist also eine leere Klausel. Und was bedeutet es, wenn die leere Klausel in der Klauselform auftaucht? Naja, das ist jetzt wieder leicht. Die Klauselform ist eine Konjunktion. Wenn also eine der Klauseln leer ist, dann wird die gesamte Klauselform unerfüllbar. Denn es heißt dann und falsch. Also es sind viele Dinge verundet und eins davon ist unerfüllbar, eins davon ist falsch. Dann kann die Konjunktion niemals wahr sein. Das heißt mit anderen Worten, wenn die leere Klausel irgendwann abgeleitet wird, dann zeigt das Unerfüllbarkeit. In dem Moment, wo wir die leere Klausel finden, wissen wir, die Klauselform ist unerfüllbar, egal was sonst noch abgeleitet werden kann. Die leere Klausel bleibt ja da. Und wenn die eine logische Konsequenz ist aus dem, was wir am Anfang hatten, dann ist das alles unerfüllbar. Übrigens, Sie können diese Resolvente hier und den ersten Teil mit der leeren Klausel tatsächlich auch von der Warte der Implikationen, die Sie miteinander verknüpfen, her betrachten. Dazu müssen Sie bloß den Fakt P als eine Implikation wahr impliziert P verstehen und den Fakt nicht P als eine Implikation P impliziert falsch. So kann man P und nicht P umschreiben. Und wenn Sie also sagen, aus wahr folgt P und aus P folgt falsch, dann haben Sie letztlich, wenn Sie das verketten, aus wahr folgt falsch. Und das ist offenbar ein Widerspruch und ist genauso unerfüllbar wie die leere Disjunktion. Das ist also noch ein zweiter Weg, wie man das sehen kann, dass das falsch sein sollte. Okay, also leere Klauseln sind interessant, denn wir wollten doch Unerfüllbarkeit zeigen. Und wenn wir die leere Klausel produziert haben bei unseren Ableitungsschritten, dann ist uns das auch gelungen, denn dann muss die ganze Klauselform unerfüllbar sein. Das heißt, jetzt haben wir ein Verfahren. Jetzt können wir das ganze Verfahren angeben. Resolution, ein einfacher Algorithmus, wie Sie sehen, nicht viel zu schreiben. Gegeben, eine Formel F in Klauselform. Müssen wir gegebenenfalls erstmal bilden. Gesucht, die Antwort auf die Frage, ist F erfüllbar oder unerfüllbar. Erster Schritt, finde ein Klauselpaar K1, K2, das eine Resolvente hat, die noch nicht in der Menge vorkommt. Also wir versuchen neue Resolventen zu bilden. Wir suchen zwei Klauseln, die irgendwie zusammenpassen und bilden die Resolvente und diese soll R sein. Wenn uns das gelingt, dann erweitern wir unsere Menge von Klauseln um dieses R, fügen das neue R hinzu. Und das tun wir einfach immer wieder. Wir wiederholen diesen Schritt oder diese zwei Schritte, bis nichts mehr Neues gefunden wird. Falls dann die Lehrerklausel abgeleitet wurde, geben wir unerfüllbar aus, andernfalls erfüllbar. Das ist das ganze Verfahren. Also der eine Schritt, den ich Ihnen erklärt hatte, Resolventenbildung, ist tatsächlich alles, was man machen muss. Man macht es nur immer wieder, solange bis nichts Neues mehr entsteht. Und dann schaut man, ob die Lehrerklausel nun dabei ist oder nicht. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, das ist doch etwas mühselig. Warum schaut man erst dann, ob die Lehrerklausel dabei ist? Wenn man die Lehrerklausel findet, kann man doch eigentlich gleich aufhören. Dann ist sie doch einmal drin und dann wird sie auch am Ende noch drin sein in dieser Menge. Denn hier wird ja niemals etwas weggenommen. Und das stimmt natürlich. Also man kann Unerfüllbarkeit feststellen, sobald die Lehrerklausel abgeleitet wurde. Das heißt, man kann das Verfahren dann frühzeitig abbrechen. Man muss nicht alle Möglichkeiten durchprobieren, bis man nichts mehr Neues erzeugen kann. Das gilt aber eben nur, falls die Formelmenge tatsächlich unerfüllbar ist. Wenn die Klauselform, mit der man beginnt, nicht unerfüllbar ist, dann wird man auch keine leere Klausel ableiten. Denn der Resolutionsschritt ist ja korrekt. Das heißt, da kann nicht falsch abgeleitet werden, wenn das, was ursprünglich da stand, nicht auch schon unerfüllbar war. Ja, ja, nur aus etwas Unerfüllbarem kann falsch folgen. Das heißt, in diesem Fall müssten sie tatsächlich alle Möglichkeiten ausprobieren, bis sie letztlich nichts mehr Neues erzeugen können. Und dann wüssten sie erst mit Sicherheit, dass die Menge erfüllbar ist. Das ist ein Problem, ja. Das ist auch ein Problem der Resolution allgemein, wie wir sehen werden. Dieser Fall, in dem man alle Dinge ausprobieren muss und am Ende doch keinen Widerspruch konstruieren kann, der ist sehr ineffizient für Resolution. Okay, es gibt noch viele andere Dinge, die ineffizient sind bei Resolution. Das werde ich Ihnen jetzt nicht erklären. Das ist aber, wie wir auch sehen werden, doch deutlich besser als die Verfahren, die wir bisher kennengelernt haben. Ein Beispiel, an dem man das mal sehen kann. Ach, es war Anna, nicht Alice. Okay, Anna kommt in unserem Beispiel vor. Also, Anna oder Barbara lügen. Das sind die Klauseln, die ich Ihnen präsentiert hatte. Noch einmal mit den intuitiven Beschreibungen, die zu der Logelei passen, über die wir zuvor gesprochen hatten. Ich finde das manchmal nicht schlecht, wenn man sich, während man irgendetwas rechnet, noch überlegt, wofür das eigentlich steht. Das vereinfacht ist für uns manchmal als Menschen nachzuvollziehen, ob es noch sinnvoll ist, was wir ausgerechnet haben, ob das plausibel erscheint. Und manchmal hilft es uns auch, einen Weg zu finden, möglichst schnell das Gesuchte abzuleiten. Wenn man versteht, was man da eigentlich sagt, dann kann man natürlich zielgerichtet den Widerspruch konstruieren. Okay, das sind also all unsere Aussagen, über die wir jetzt, mit denen wir beginnen. Einschließlich der Behauptung, Barbara lügt. Sie erinnern sich, wir wollen zeigen, dass aus diesen sechs Klauseln folgt, dass Barbara die Wahrheit sagt. Und um das zu zeigen, nehmen wir an, Barbara lügt und versuchen zu beweisen, dass das zu einem Widerspruch führt. Die Annahme, dass Barbara lügt, führt zum Widerspruch. Das heißt, Barbara lügt nicht. Barbara sagt die Wahrheit. Okay, also das ist die Progehensweise bei Resolution. Es ist ein Widerspruchskalkül. Und jetzt bilden wir also hier Resolventen. Welche Resolventen könnten wir bilden? Wir haben hier sieben Klauseln. Einige, die man hier bilden kann, hatte ich Ihnen schon im Beispiel vorher genannt. Ich versuche mal hier mit einem effizienten Weg zum Ziel zu kommen. Erste Erkenntnis, Chris muss die Wahrheit sagen. Warum weiß ich das? Hier, das war die Aussage, Barbara oder Chris sagen die Wahrheit. Und sieben, Barbara lügt. Also bleibt nur übrig, dass Chris die Wahrheit sagt. Sie sehen also, wenn ich das so lese, ist das intuitiv und würde auch ohne die Formeln irgendwie Sinn ergeben. Aber natürlich ist es viel einfacher, anstatt sich so viele Gedanken zu machen und das Problem zu verstehen, ist es viel einfacher, vor allem für Computer, die Resolutionsregel anzuwenden. Und da müssen wir lediglich beobachten, dass hier ein Nicht-B vorkommt und hier ein B und dann passt das zusammen. Und wir können die Resolventen bilden, die da heißt C. Sie sehen auch gleich, wie ich das aufschreibe. Und so würde ich Ihnen empfehlen, das auch aufzuschreiben, wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen sollten, das tun zu müssen. Zum Beispiel in einer Klausur oder eben auch in einer Übungsaufgabe. Ich gebe meinen Klauseln Zahlen und ich schreibe hinter jede neue Klausel, welche beiden vorhergehenden Klauseln ich hier kombiniert habe. Damit ist es nachvollziehbar. Und selbst wenn ich mich mal ein bisschen verrechne, kann vielleicht jemand, der wohlwollend ist, nachvollziehen, was ich mir gedacht habe und wo der Fehler sich eingeschlichen hat und dann Folgefehler anerkennen und entsprechend bepunkten. Gut, also Chris sagt die Wahrheit. Und das ist auch eine schöne Sache, solche Klauseln zu erzeugen bei dieser Resolution, in denen nur ein Literal vorkommt. Das macht es uns immer relativ einfach. Das sind kleine Klauseln, die sind nah an der leeren Klausel. Wir wollen keine möglichst großen Klauseln erzeugen, wir wollen kleine Klauseln erzeugen am Ende, damit die leere Klausel entsteht. Das heißt, solche Kombinationen sind oft eine gute Taktik, um schnell voranzukommen. Jetzt habe ich also eine neue kleine Klausel, C, und ich kann jetzt schauen, womit könnte ich die jetzt kombinieren. Also gibt es zum Beispiel hier diese Möglichkeit, Barbara oder Chris lügen. Was passiert, wenn ich das mache? Na ja, wenn ich C und nicht C hier resolviere, dann bleibt nur nicht B übrig. Aber nicht B hatte ich schon. Das ist also keine neue Resolvente und daraus lerne ich nichts. Die ist es also nicht. Versuchen wir mal die. Die sagt uns nicht C oder nicht A. Chris oder Anna lügen. Und das kann ich mit der Eigenschaft, Chris die Wahrheit zu sagen, kombinieren und auf die Art herausbekommen, dass Anna lügt. Also Barbara lügt, Chris sagt die Wahrheit. Anna lügt. So viel weiß ich jetzt schon. Okay, und wie geht es jetzt weiter? Na ja, wenn Anna lügt, was könnte man damit machen? Hier sehen Sie A oder B oder C. Relativ langweilig. Jemand sagt die Wahrheit. Das wissen wir ja schon. Also was sollte man aus der Aussage noch Neues folgern können? Wir wissen ja schon, dass Chris die Wahrheit sagt. Und mehr wird man mit der allgemeinen Aussage, irgendjemand sagt die Wahrheit, auch nicht erfahren können. Denn diese Klausel ist hier schon stärker als die. Da sieht man irgendwie weniger Möglichkeiten wahrzuwerden. Okay, also versuchen wir was anderes. Nicht A hier und A hier oben. A oder B. Das können wir mal machen. Da entsteht B. Die As werden rausgekürzt. Es bleibt B. Barbara sagt die Wahrheit. Das ist ja interessant. Barbara lügt. Chris sagt die Wahrheit. Anna lügt. Barbara sagt die Wahrheit. Barbara lügt. Barbara sagt die Wahrheit. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Und tatsächlich, das ist ein Widerspruch. Wir können jetzt eine Resolution zwischen diesen beiden Dingen bilden und erhalten die leere Klausel. Okay. Und damit wissen wir jetzt, dass aus der Menge der Klauseln 1 bis 6 die Negation der Klausel 7 folgt. Im Übrigen, das ist natürlich völlig symmetrisch. Sie könnten auch eine andere Teilmenge hier bilden und sagen, dass daraus die Negation irgendeiner dieser Klauseln folgt. Also das können Sie sich leicht überlegen mit den Äquivalenzen, die wir kennengelernt haben. Man kann das beliebig umstellen. So eine Aussage ist letztlich auch nur eine Implikation. Und was man in die Prämisse steckt und was in die Konklusion. Das ist veränderbar. Okay. Gut. Das heißt, auf die Art hätten wir mit einem Verfahren algorithmisch in einer durchaus umsetzbaren Weise, Sie könnten das sicherlich implementieren, so etwas, gezeigt, dass eine logische Konsequenz folgt. Und dabei haben wir bisher einen vertretbaren Arbeitsaufwand gehabt. Ja, die Negationsnormalform ist schnell gebildet. Klauselform mit ein bisschen Vorsicht schaffen wir auch in linearem Aufwand. Und dann haben wir hier noch vier Schritte gebraucht. Das ging doch eigentlich ganz schnell. Ja, es wird nicht immer so schnell gehen. Aber trotzdem kann man feststellen, Resolution ist oft doch schon deutlich besser als die anderen Verfahren, die wir bisher kennengelernt haben. Aber man kann auch noch viel daran verbessern. Darüber wollen wir beim nächsten Mal noch weiter sprechen. Ich habe bis jetzt nur behauptet, dass das so funktioniert. Es wäre vielleicht ganz gut, noch ein bisschen mehr darüber zu sagen, woher wir eigentlich wissen, dass dieser Algorithmus das Richtige tut. Ich habe gesagt, er ist korrekt. Er leitet keine falschen Dinge ab. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er alle Dinge, die abgeleitet werden müssen, auch wirklich produziert. Also ein Algorithmus, der gar nichts tut, leitet auch keine falschen Dinge ab. Aber trotzdem eignet er sich nicht zum logischen Schließen. Also da fehlt offenbar noch ein bisschen was. Und das werde ich im nächsten Video genauer erklären. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020